nice ja 50 prozent nice okay alter die achievement die achievements flattern hier gerade nur so rein jetzt habe ich erst das tutorial durch der ja mein meine agentur hat die technologische kompetenz unter beweis gestellt und unzählige köpfe was deiner agentur hat ihre technologische kompetenz unter beweis gestellt und unzählige köpfe für die möglichkeiten der raumfahrt geöffnet egal ist irgendwie ist da fehlt was oder sind die falsch formuliert von nun an liegt die richtung der agentur bei dir musst du dich darauf konzentrieren die grenzen der menschlichen erforschung zu erweitern oder die weiten des sonnensystems zu erforschen gute frage denke daran deine forschungsbemühungen auf alle drei forschungsbäume zu verteilen und freie missionspläne für die durchführung von anfragemissionen zu nutzen um deine ressourcen aufzustocken vor allem erforsche experimentiere und inspiriere das kriegen wir hin genau das habe ich vorher schon mal gefragt wir sind jetzt im jahr 59 das natürlich noch verdammt früh 113.000 euro wir sind sowas von level up in zwei monaten ist ja auch schon wieder hier überprüfung der finanzierung nice das heißt dann gibt es noch mal gehaltserhöhung so das wird in einem monat fertiggestellt wir können jetzt nebenbei eigentlich noch eine anfrage mission ab abfertigen ich überlege gerade ob ich hier auch wieder riskant gehe würde mir halt einiges an geld sparen ach so aber dann also ja mal schauen so ganz verstehe ich da diesen sinn von dem speichern des designs nicht weil jetzt kann ich ja eh wieder nichts auswählen nichts laden sondern muss ja die nutzen das sowieso jedes mal neu machen oder habe ich oder war da gerade ein ladebutton ich glaube aber nicht nur und dann ist ja das einzige was man da konfigurieren tut der booster und die oberstufe aber vielleicht wird das später interessanter wenn man vielleicht mehrere teile hatte ich weiß nicht ja ja so das sieht auch lustig aus oh nein so ja gut das könnte ich jetzt halt nicht mal verwenden herr wann ist denn das fertig ich glaube das war gar nicht empfohlen oder verdammt ich glaube das war dafür gar nicht empfohlen so was sagst du es wird je nach mission immer wichtig aber anfangs relativ egal ja denke ich auch da dort ist die dings auf leicht oder sie wie war das pionier oder wie das hieß oder war pionier das mittlere pionier müsste das erste sein vielleicht war deswegen die kai dann auch nicht so aggressiv kann sein wer wäre krass wenn es so unterschiedlich sonst wer ja ich habe glaube ich gerade ein fehler gemacht ich habe das hier erforscht und ich glaube dass genau hier steht ja auch maximale entfernung erdumlaufbahn verdammt ich hatte eins von denen gebraucht jetzt hat es mir leider ein bisschen zeit gekostet 93.000 erforschen wir das halt noch schnell wir haben ja genug punkte das muss ja ich nächsten monat fertig sein ganz tolle kai habe ich hier china erreicht die mondumlaufbahn verdammt leistung herunterspielen ok entweder loben wir die und dann könnten wir die beziehung stärken aber auch kritik bekommen dass wir halt uns irgendwo geschlagen geben oder ich spiele deren leistung herunter genau das würde dann halt die öffentliche unterstützung stärken aber die beziehung beziehung schwächen da hatte ich gar nicht mehr daran gedacht ich hatte doch vorhin eine mission wo ich dann die ich hatte doch hier diese spezifikation freigegeben ich wollte mir dann eigentlich mal das diplomatie menü aufrufen machen wir mal runterspielen weil mich würde mal interessieren ich habe doch die esa die profitiert doch von uuuh nice ich profitiere doch so krass von beziehung dann sollte ich mal irgendwie schauen ob ich vielleicht schon kooperative kooperative mission starten kann so ist das jetzt schon fertig ja nice ok 176.000 aber gute zuverlässigkeit meines krischen hat jetzt erst künstlicher satellit für er die haben jetzt künstlichen satelliten fertiggestellt aber waren schon in der mondumlaufbahn crazy ja dann nehmen wir die kleinere die haben wir auch mit mehr zuverlässigkeit ok ja verdammt können wir uns noch gar nicht leisten also echt entspannter entspanntes gelb ach ich habe schon wieder vergessen diplomatie guck mal hier minus 90 aber mit den usa haben wir gutes ranking ach ich brauche erst ein konferenzzentrum dann kommt das eher später aber ich bin zwar nicht wirklich close mit dem verbündeten status mit dem aber zumindest am am closesten von allen also wenn dann werde ich wahrscheinlich mit der usa kooperieren aber wir müssen eine forschung festlegen ich glaube das haben wir auch noch gar nicht gebaut das wäre mal gut dass wir mehr forschung bekommen das wäre natürlich auch nice alles ist nice verdammt musste ich halt entscheiden so aber das ist schon durch ohne Schiss dann mache ich vielleicht schon mal die nächste mission die dort sind 140.000 dann können wir glaube ich das ding jetzt bauen den satelliten ich glaube das und das hier ja ich schaue nochmal durch na der ist eh nicht dafür geeignet achso ok das finde ich interessant der booster achso den habe ich hier gesetzt ah ok deswegen geht das nicht ja jetzt habe ich es ok ja nehmen wir den doch können wir uns leisten und abfahrt dieses ausrufe zeichen verleitet mich immer so hart da drauf zu klicken aber ich habe ja eh kein geld war das auch cool dass sie auch so eine karte gemacht haben finde ich sehr nice später ist bestimmt abgefahren wenn dann überall irgendwas rum flattert dann wird es richtig abgespaced so wir haben Fahrzeug für orbitalen Funk fertig wow so 400 das finde ich ok ich überlege gerade einfach ein bisschen mehr Forschung raus zu holen ja perfekt achso oh lol ich kann sogar what ok krass wie schnell hast du 3500 Punkte zusammen ja gut ähm ich war gerade so überrascht dass ich hier so viele Boni dazu nehmen kann dann mache ich das doch das ist ja natürlich sehr verzögert ne ja oder ich weiß nicht dann machen wir gleich oder ne ich mache das so schnell wie möglich dann kann ich noch eine neue Mission starten dann mache ich das so rum so 240.000 ja das will ich haben habe ich nicht sowas schon hier? Forschungslabor? ach das große habe ich ja genau ja genau ich habe jetzt auch gedacht ich mache es jetzt einfach so schnell wie möglich ach das ist ja hier auch hm kann man die aber kann die bewegen kostet das Geld ja 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 gut geht aber weil das haben sie auch schlau gemacht das ist hier so verschiedene aber dass wir die Map halt gut eingrenzen durch diese teuren Sachen sonst könnte man ja einfach bauen 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 ne ja ja ich glaube ich will aber erstmal das hier haben das wäre halt langfristig richtig nice das früh zu haben ganz früh ok hier hat es halt leider keine Boni da wäre nice aber viel zu teuer geht gar nicht hier hinten ich kann sie auch vielleicht irgendwo hinsetzen wo es keine na hier kostet es auch hm vielleicht einfach hier hinsetzen naja oder ich mache es hier da kriege ich halt keine Boni aber es kostet halt auch nur 200.000 das ist glaube ich noch das beste und dann habe ich nämlich auch wenn das fertig ist 163 pro Monat ist doch geil das ist doch nice so ich glaube ich würde dann erstmal das hier erforschen ja und ich mache jetzt erstmal einen Break also ich prepare mal kurz für Liegestütze bis gleich da so wenn du du Vielen Dank. 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 Ja, ich weiß. Vielen Dank. Zum Glück läuft das Spiel nicht weiter. Das ist ein Vorteil, dass es nicht monatlich weiterläuft. So. Huhu, da bin ich wieder. Ich muss gerade noch mal hier. Ich muss gerade noch mal hier was einstellen. Genau. So. Achso. Achso. Achso, also... Achso, achso. Achso. Okay, das war maximal doof mit der Sweatjacke. Das war richtig doof. So. Okay. Jetzt sind wir wieder wach. Game und Schub. Oh. So. Ja, für beide Seiten. Ich habe ein bisschen Fitness gemacht. Du wirst mich schwitzen sehen. Was gibt es geileres? Ja, ich muss das echt mal machen zum nächsten Stream. Eine Szene für mich. Weißt du, in diesem Stream-Programm. Ja klar, kennst dich ja aus mit dem Stream-Programm. Halt eine Szene, dass ich dann einfach draufklicke und dann alles funktioniert. Weil jetzt muss ich immerhin her tweaken. Ach, ich bin gar nicht da. Jetzt bin ich da. Okay. Ähm. Ach, was mache ich denn hier? Scheiße. Ähm. Okay. So. Habe ich mir nochmal notiert. Ah, endlich. Da ist die Musik wieder. Habe ich schon vermisst. Aber finde ich echt erstaunlich. Hätte ich nicht gedacht, dass du so schnell diese Punkte zusammenkriegst. Das ist ja krass. Ich meine, das ist ja quasi jetzt innerhalb, weiß ich nicht, von sieben, acht Stunden oder so. So, ne? Ah, okay. Subben bringt glaube ich auch... Achso, bringt das Gift hin was? Ich glaube, Subben bringt ja auch nochmal... Ich weiß nicht, ob es 1000 bringt oder so. Aber wenn durch ein Gift oder so, kann natürlich sein. Aber ist ja auch vollkommen okay. Soll ja auch nicht unerreichbar sein, die Belohnung. Ähm. Wo waren wir denn? Okay, wir haben eh kein Geld mehr. Ja. Ach. Ah, okay. Das bringt auch alles was. Hä? Warum ist denn Abo gesperrt? Ich verstehe es nicht. So. Okay, wir haben eh keine Slots. Okay, dann müssen wir einfach skippen. Zwei Monate und starten wir und das Ding ist fertiggestellt. Okay. So, Mondumlaufbahn. Da sind wir auch mal da. Zwei Monate und starten wir. Okay. Schauen wir nochmal. Das ist halt immer Spannung. Es kann ja auch... Wenn es bei dir mit 98 Prozent... Ich meine, das hier war ja nicht fehlgeschlagen mit 98 Prozent. Aber... Ich meine, allein, dass es bei dir irgendwo mit 98 Prozent Chance noch fehlgeschlagen ist. Kann immer alles schief gehen halt. Ne? Man weiß nie. Ich frage mich, wie das dann später ist. Da kostet so eine Rakete bestimmt mal eine Million oder so. Okay, nice. Wir haben es wieder geschafft. Oh. Damn. So, genau. Das gebe ich jetzt aber mal ab. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ja. Mal schauen. Ob das okay war. Ja, das ist halt echt bitter. Ich frage mich, was da die mathematische Dings für ist. Es gibt ja diese Kettenwahrscheinlichkeit da irgendwie. Ich habe gar nicht mehr so viel zu trinken. So. Einen ordentlichen Schluck. Weiter geht's. Ähm. So. Mondumlaufbahn. Boah, 900 ist krass viel. Okay. Ich glaube, ich gehe für Wissenschaft. Oh. Scheiße. Okay. Ja, warte mal. Es geht jetzt um den dritten. Okay, es geht um den dritten Platz. Dann sollte ich das auf jeden Fall hier machen. Ist okay. Hm. Ich glaube, dann nehme ich sogar das hier, dass wir einfach nochmal einen kleinen Bonus bekommen. Science ist wichtig, meinst du? Ha. Das ist nur ein Tag. Deswegen mache ich jetzt mal das, damit es auch wirklich klappt. Aber sonst hätte ich sehr gerne Science genommen. Weil stell dir mal vor, 900 und das nochmal 25% on top. Das ist schon ordentlich dann. Das wäre schon crazy viel. Hm. Kann man das irgendwie deaktivieren hier? Ja. Ja. Nice. Nice, nice. Oh. Sehr nice. ог side is in your corner. Maybe not! Wel i ge Kush wild. Vielen Dank.